Am Ende ihrer Reise präsentierten die Bayern stolz ihre neue Trophäe. Dabei hatten sie bei der Ankunft in München mit dem Wetter fast mehr zu kämpfen, als mit den meisten ihrer Gegner auf dem Weg zum Champions-League-Triumph. Der 2-1-Erfolg im Finale gegen Borussia Dortmund war dagegen hart erkämpft. Ja, ich meine, gestern war natürlich das Spiel des Jahres und für uns auch. Ich meine, das war Geschichte gestern, das ist super. Direkt nach der Landung flüchteten die Spieler vor der Presse und dem Wetter schnell in den trockenen Mannschaftsbus, ohne dabei das Wichtigste zu vergessen.